Gut so, bravo, ruhig wieder, ruhig, halten, halten, nicht verlieren! Seitdem ich meine Coaching mache, spiele ich auch anders. Das ist die Realität und die Wahrheit. Ich sehe das Fußballspiel anders, ich sehe viel mehr weit, als ich vorhin sah. Wenn ihr seht, dass er angespielt wird, von hier aus, kommen, planen lassen und tiefer. Kais, der Fünfte auch noch. Das Pläne für die Zukunft ist so wichtig, deswegen habe ich 18 Monate angefangen, mit der Hilfe von PFA und mit der Hilfe von David. Götte wieder höher! Andere Seite! Andere Seite! Ja! Ruhig wieder! Ruhig, ruhig, ruhig! Kommt niemand! Kommt niemand, ja! Ist das ein 4-5-1? Ja, oder willst du es ändern? No, all I'm thinking of is... ...when you set them up... Oh, let's do a 4-4-2? Because I'm playing the back three. I'll tell them as well why I'm doing the build of the three. Because of the two strikers, you know? Ja, for a two, front two press against the three. Ja. We are on block three, the A-license create the attack. So, mid third in possession. So, for example, Granit was talking about using three and two. So, three defenders and two pivots. Someone else on the course might have something different. And their reasoning for that is shaped by their experiences and how they see the game, which is totally fine. So, it's more a case of what's important to you in that area of the pitch. Who are your focus players and what's their detail. You know, in the three goal game, there's the area. So, say it's here. And then your goal sets maybe here. Ja. A bit like there, the line will go to like the D. Yes. But then the goals are back. Ja. So, then the 8 v 8 is in there. That's about right, isn't it? Three, two, and then the three are working. Yes. But what I want is to have the width as well. Runs behind, you know? But runs behind doesn't mean long. Yeah, but run behind ends up being that one, doesn't it? Yeah. You know when you stretch it to the game. Yes. You get this on the switch in this game. Yeah. Trying to get it in that goal or that goal. No, we can't. Shift, shift. Can we get it in this one? And the other part of... When you open it up. Exactly. You end up getting that opportunity to go beyond. Yes. Yeah. The point of taking these sessions weekly and you getting used to coaching is that you're going to start to understand, like, for all of the planning in your head, like then, for example, did we plan out the size of that? No, we got out here and you've gone, right, it's going to be 8 v 8 in there. And it was a sort of a discussion around what it should feel like and how big about here. And then it's like, it's not an exact science, is it? They all get in here and you'll go, no, it's too big, narrow it up. Or it's too deep, bring them up three, four yards. Yeah. So it's a feel. I want to let them two, three minutes going alone. Yeah, yeah, yeah. Only to see which ideas they have. 100%. And that's the bit where you get the flow going. Exactly. And then when they get the flow, now you can start giving them some stuff. Yeah. Yeah. Come on a bit here. Okay, Männer, you can see here, we have three Intervanteilers. They always stay together. Then we have two teams. One team takes pause and the other team plays. You can see here, eleven or ten teams. That should be a player. Also you don't have a player active, but you have a player. What I want to see is the player here. And then we'll come to the end of 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 the end. Okay. Orange Mannschaft fängt mal an. Die Grünen bleiben einfach an der Stange bitte, ja? Lotst du auch vielleicht von der anderen Seite? Oder hinterm Tor? Grüne Mannschaft! The B license is very much from the start point, right at the start of the coaching craft stuff, up to maybe unit v unit, attack v defense, maybe up to maximum 16 players. Starting with position specific sessions to get them to think about the detail to coach small groups. The UEFA is technically, tactically 11 v 11 and therefore how do you control bigger areas? How do you control a squad of players rather than just a small group or a couple of units? Männer, Spielaufbau heißt nicht, dass wir hier 50 Bälle hin und her spielen. Schneller zum Abschluss kommen. Nimm mal den Ball hier. Spiel zu mir. Wir haben jetzt keinen aktiven Gegner, ja? Aber ich muss draufgehen auf den Gegner. Hier, 2 gegen 1. Ball in die Mitte. Abklatschen, Tiefe. Und zum Abschluss. Nochmal, nochmal von Anfang an. Okay, okay, geht durch, geht durch. So, granit. You know, as they've had a few now, feel, think size, do I like where they're working? You've seen what they're looking like without you saying anything. And I think order, who do I want to affect first? So you went up there, remember, think, who am I affecting first, who's next? Yeah. So, if you see other bits, it doesn't matter because you have an order of who you need to get the detail to. Männer, kurz, mit zwei Sechser hier. Geh nicht so weit vor, bitte. Ich will, dass ihr näher zum Innenverteidiger seid als zu den Offensiven. Ja? Und macht euch ruhig ein bisschen auf, seitlich. Dieses Näherkommen ist nur nochmal zurück zu spielen, aber danach wieder aufmachen. Mein linker Fuß, auf, schauen, Stürmer, Dugi, abrallen und dann wieder tiefer. Von den Sechser möchte ich viel mehr Bewegung sehen, aber nicht die Richtung, sondern hier in der Mitte. Diese drei Spieler hinten und zwei Sechser sind wichtig. Lass die vorne machen, was die wollen. Hier, Stabilität. Ball wollen. Ja? Auf geht's. Männer, kurz Pause. Wir sind fast über zehn Minuten dran. Ich habe nicht einen Ball mal gesehen. Nicolin macht den Ball kurz. Wo der sechser Ball hier kriegt, sich aufdreht, anstatt hier zu spielen zum Stürmer. Aber danach brauche ich auch Bewegung. Und zwar von euch zwei. Wenn ihr seht, dass er angespielt wird, von hier aus kommen, dran lassen und tiefer. Kais, der fünfte auch noch. Abwechseln, auch den Stürmer suchen. Jetzt habt ihr genug Variante bekommen. Ich möchte von allen ein bisschen sehen jetzt. Komm. Okay Männer, wieder Position. Zu mir bitte, Lutz. Was ich sehen möchte ist, eine Seite zu mir zurück. Wer spielt, grün oder orange? Niko diagonal. Und danach möchte ich von dem Zehner, Tiefe. So warte, gib mal den Ball an. Erster Kontakt nach vorne. Sechser bleibt hier, Tiefe. Ja? Und dann zum Abschluss gehen. Von der anderen Seite mitkommen. Zum Sechzehner. Und hier zwei Sechser wieder supporten. Falls eine Einnahme schlecht ist, falls es nicht geht, zurück. Andere Seite. Ja? Auf geht's. Du kennst, wie du sagst, wie du sagst, kannst du mit Diag gehen. Jetzt geht alles mit Diag. Ja? Also, es geht darum, zu denken über die Wahl und wer es macht. Ist es immer diese drei oder mit einem... Ja, ich wollte sie jetzt sagen. Ja. Hier ist noch eine. Ja. Die Argos kommen von den Zechsern. Die Argos kommen von euch. Niko. Die Argos kommen von den Sechsern. Auch mal kurz. Abwechseln. Abwechseln. Guter Ball. Mitgehen. Mitgehen, Leo. Mitgehen in die Box. Guter Abschluss. Nächster Ball. Nächster Ball. Ja. Von den Sechsern auch. Diagonal. Von den Sechsern auch. Mach auf. Bleib hier in der Mitte. Bleib hier in der Mitte. Männer, es ist ein normales Spiel, Ballbesitz. Aber mit drei, äh, mit sechs Toren. Ja? Und plus zwei Anspielstationen. Dugi ist für orange. Unser Torwart ist für blau. Er kann mit euch spielen. Normales Spiel. Schaut, wo Übelzahl ist. Das, was wir bis jetzt eigentlich immer trainiert haben. Übelzahl, Dreiecke. Breite vom Flügelspieler. Und einfach spielen. Dugi, kannst dich auch bewegen. Frei bewegen da, ja? Schnell, 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 schnell. Ich kann schon spielen, Männer. Komm. Reden, reden. Sag ihm was. Er kann drehen. Aber guter Ball. Wenn du nicht in der Mitte der Mitte der Mitte bist, sagst du Mann, nicht in der Mitte, spielen außerhalb der Linie. Keine, in der Mitte. In der Mitte. Ja. In der Mitte. Ja. In der Mitte. Ja, gut. Und dann, in der Mitte. In der Mitte. Ja. Ja. Ohne. In der Mitte. Ja. In der Mitte. Ja. In der Mitte. Ja. In der Mitte. Ja. Wir schauen. In der Mitte. In der Mitte. Ja. In der Mitte. Ja. Und in der Mitte. Ja. In der Mitte. Ja. Na, das ist welches Integration. Ja. Die Bestellte. Ja. Ja. orrogar und �費. Ja. Ja. Das macht Sinn. Also hab das in deinem Kopf und denk, wie du das rauskriegst. Ich bin gespannt, was die Niko machen, wenn ich hinkomme. Der muss mit mir mit, mit den Spielern, mehr Platz kriegen. Nütze es aus mit dem Ball. Ohne Ball wieder kompakt nach innen. Ich habe viel mehr Freude, viel mehr Erfahrung. Ich meine, alles in den Anfang ist schwierig. Aber mit dem Zeitpunkt, mit dem Training, das ich eine Woche mache, seit ich hier in Deutschland bin. Es wird immer besser und besser werden. Andere Seite jetzt! Andere Seite! Raustau! Okay, okay, okay! Gut, weiter, weiter! Ver, du entscheidest, was du haben willst. Ob du bleiben willst oder nach vorne, sechs. Du willst versuchen, die Oranges haben, weil die Oranges in die Richtung haben, weil die Oranges in die Richtung sind. Ja. Obwohl sie sind, aber nur ein bisschen deeper. Die Sache ist, weil ich den striker gesagt habe, was die Oranges macht mit dem Ball, ist, dass sie zurückkriegen. Das ist okay für mich. Das ist cool. Ja, ja, ja. Und auch, die Oranges, du hast es halb ein paar Mal, das ist okay. Ja. Aber die Oranges sind eher wie die drei, und dann die zwei waren da, nicht in dieser Stelle. Ja, ich hab ihm gesagt. Ja. So, hier, schau. Ein solches Pivot in der Moment. Okay, aber jetzt ist er drob, ist das okay? Ja. So, wir töten den Keeper. Männer, was mir bei Blau gefällt, ist, deine Position ist Weltklasse. Warum? Du bleibst so hoch, dass Nico und die ganze Verteidigung nicht rauskommen kann. Was machst du? Du kreierst mehr Platz für Sechser. Aber nutzt es aus. Sobald hier den Ball kommt, äh, spiel mal kurz den Ball, bitte. Hier, zwischen Linien. Zu mir. Aufdrehen. Geist, breit stehen, bitte. Und Ball rüber. Tag. Wenn nicht, nochmal zu mir. Spiel den Ball nochmal zu mir. Hier, alleine. Ich hör nichts. Was soll ich machen? Dreh dich. Auf Nico, drauf. Tag. Eins, zwei. Und kann selber zum Abschluss gehen. Aber Kommando muss natürlich von dir auch kommen. Wenn nicht, dann spiel ich zurück. Aber ich verliere natürlich diese zwei, drei Sekunden. Okay? Komm. Die erste, die ich denke, ist, als er geht, hat er die flow? Hat er die Strukturen? Und wo ist er in die Position der Beobachtung? Was er sieht? Was er sieht? So, seine Observation-Skills. Derfor, seine Position der Beobachtung. So, natürlich, die Spieler werden in die Session sein. Weil das ist, wo sie sind. In der Spiel. So, oft ist es ein Fall, um sie zu stecken. Wir haben die Situation, die man nach vorne zu sehen. Und denken, okay, was ich planen habe. Ist die Situation richtig? Wer die Spieler in den typen Bereichen möchte ich sie in? Ist die Struktur richtig richtig? Etc. Innen, innen, Iljan, innen, innen. Nach innen. Good, now you got it. Keep staying underneath it, keep getting it. Well done. Ruhiges, ruhig mit dem Ball, ruhig mit dem Ball. Ruhig. Alleine. Vorwärts, vorwärts. Mach wieder breit, guys. Really good, well done. Breiter, breiter. Love it, good turn. Well done, well done. Try it, come on, win it. Oh, don't worry, don't worry, well done. Ruhig wieder, ruhig. Genau. Aaron hat der linken Seite, Aaron, einer links, Aaron, einer links. Pair kommen gegen Pair. Ja, gut so. Ruhig wieder, ruhig, ruhig. Ball halten, Ball halten. Zurück, Götze ist frei, Götze ist frei. Bleib wieder, bleib in Position, bleib in Position. Ruhig wieder, Aaron, ruhig. Seite zu Seite, ja. So all I wanted to show is, you know, when you go against each other, the co-coaching, that's the competitive. That gives you more challenges. Yeah, and obviously I tinkered just slightly on the pivots because they didn't have any structure. Yes. And so it's like, think about when you're coaching, for you, how you use Andy, how you use the other coach. Yeah, use them like we use in each other. Yes. So that you drive it and then you'll get the right pictures coming out because the right structure is versus the right structure. Makes sense. I'm very thankful for David because I think our relationship from the beginning was something special. He's a type of very open guy. We can speak about a lot of things on the pitch, outside the pitch, what else is important. And yeah, he's here day by day for me. Even if I need to ask him late in the night, give you an answer. We try to help you in a good way. But as well, he's very honest. This is what I like. He's not about to tell me everything is good because I'm not so far, but as well to criticize me maybe, to tell me what I can improve. And I'm so grateful that I know someone who is in this type of role who can help me a lot. You have to feel, you have to have it in your DNA. I mean, Arteta, he knows both sides. He's been on the pitch, he's now outside the pitch. Xabi is the same. To learn from these coaches, because they know both parts, I think give you much more credit. Because you know how the place feels inside. You know the feeling of passing, you know the timing, you know the passing on the wrong foot or right foot for example. So it's small details where I learned about it and this is what I want to give my team as well. It was good, but the second solution. Yes? Yes. Orange ball. Because he's now thinking through the eyes of a coach, he's probably taking bits of them and as well as his personality and how he likes to deal with people and working out how he delivers and what his style is. Here, here, just. Here, just. Here, 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 just. Here, 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 just. 2-3 kontaktive. If you go back. If you go back, you want to go back, you can't play back. You can't play back, you can't play back, let go back, let go back. But to show them again. best you're always watching the side of the pitch. Always shut down from the opponent. Always open. A bit more to go back. To go back. Nach innen! Ja, nach innen! Same this side, yeah? Because they're fullbacks, they naturally want to go out there. Niklas, nicht zu breit. Mende Mitte, dass du diesen Ball auch zum Außenspieler spielen kannst. Sei nicht auf der Linie. Guter Ball, ja, komm! Now you're out, now you're out. Geh hör, geh hör, geh hör! So all the difference there is, Granit, you know when a center half gets out or either center half gets out, it's the pivot that side to roll out. But at the moment, they're going forward. So you're wanting to start talking about trying to get the one. If the center back in the middle has the ball, but I want to be the two against one, you know? So you can go forward to play after the ball outside. Pivot, pivot. If one steps out, can he roll outside of him? Yeah. If it's that side, can he roll outside of his just one v one? Yeah. He's listened there, Granit, and he stayed narrower. Yeah, I told him. Yeah, he's listened to you, to be fair. Guter Ball, Leo! Nach innen, Nico, nach innen! Nico, nach innen! So now, look. You want the opposite widey out there. Yeah, look where he is. Because he's playing, he's playing to the goal. That's why he's doing it. Look whifica, Watch out there... Blau... Look at the table where's the left there is. Gabby, where's the rest? Keep you up? No more, no more, no more, no more! There's another, There's another,il Moeoo. Here… Hier sind wir in Überzahl. Einer kommt hier. Du geh. Klatschen. Diagonal rüber. Und da sind wir schon durch. Aber wenn du noch hier hinkommst, ist es so einfach vordernd. Also entweder kommst du nach innen, Aussteiger hoch. Oder Aussteiger innen und du außen. Aber es ist besser, wenn du außen stehst. Falls du den Ball verlierst, ist der Beteiliger schon da. Ja? Probiert mal. Halt ihn, halt ihn. Du bist ein freier Mann. Ruhig. Bis es geht. Andere Seite. Gut so. Rüber, rüber. Don't go back in. Superball. Leo, geh mal rüber, bitte. Ball zu mir. Superball. Hier. Einen Kontakt. Zweiter raus. Und da eins gegen eins. Lass ihn nicht skieren. Danach wieder in der Mitte hier. Und du entscheidest, ob du eins gegen eins spielst, oder ob wir in zwei gegen eins spielen. Aber nicht noch mal zurück. Wofür? Noch mal ein Einwurf, Dougie. Und da ist es, ob wir in der Mitte. Und da ist es, ob wir in der Mitte. und wie du willst, deine Teams zu setzen. Take deine Zeit, Layer it, Build die nächsten Parten, Rather than starting afresh each time. Just do this a couple of weeks after. You might want to put four goals in, Or you might want to tinker it. Don't change it all. Just revisit it. Und again. Can you think about what we did? What did we speak about? Three and a two. Calm, stay controlled. I said about killing the winger. So try and fix the winger, play past him, or if he shuts it off, pivot and out. So all you're trying to do is kill the winger. So like just saying messages, keep dribbling. So that's the thing that in terms of some coaches just think they've got to try something new all the time. Do another session plan. No, 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 no. Work out what a template that works, in the right area of the pitch that you got it, and then coach them, make them better at it. Yes. Yeah? Yeah. Not in the way. Make the ball big. Make the ball big. Achtung. Yeah, yeah, yeah. Heard, heard. Heard, heard. Heard, heard. Nehmeh mal kurz den Ball hier. Bleib mal kurz breiter hier. Leo, geh mal drauf, bitte. Männer, hier, Sechser. Hier zu mir. Und raus. Und dann wieder eins gegen eins. Schaut, wer euch presst. Leo ist Flügelspieler. Das heißt, automatisch musst du wissen, wenn der Flügelspieler zu mir kommt, heißt es automatisch, dass der frei ist. Aber ich brauche dafür auch den Sechser. Wenn der Sechser einfach hier bleibt, spiel mal zu mir. Und einer kommt hier. Klatschen wieder und dann sind wir wieder kaputt. Hier. Auch wenn ich den Sechser hier habe als Gegner. Druck machen, tack, kurz, rüber. Entschuldigung. Und zum Flügelspieler. Ja? Sorry. Okay, weiter, komm. Ruf aber auch den Sechser. Hol ihn zu dir. Götter reden, Götter. Mehr sprechen, Götter. Mehr sprechen. Mehr sprechen. Ruhig wieder, ruhig. Ja. Attackieren, attackieren, attackieren. Andere Seite, Per. Andere Seite, ist ein Zu da. Ein Wurf, Per. Wieder andere Seite. Setz dich ab, setz dich ab. Götter, geh ein bisschen rüber, geh ein bisschen rüber. Nimm den Ball. Götter, Götter, Götter. Per, ja. Andere Seite, andere Seite, andere Seite. Okay, 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 kein Problem. Abschluss, Abschluss. Das war schön. Ja. Ja. Gut so. Wir hören gleich so auf. Ja, besser kannst du spielen da. Männer, ich glaube, ihr habt dasselbe Gefühl wie ich auch. Jedes Mal, wenn wir ruhig gespielt haben, Spielaufbau ruhig, Seite zu Seite, machen wir immer besser. Sobald wir das Spiel, Ping-Pong-Spiel haben wollten, Ball gewinnen, sofort nach vorne, alles schön und gut. Aber ab und zu wieder ruhig mit dem Ball. Auch die Einwürfe, Breite von zwei Flügel-Spielern, geduldig in der Mitte, so Sachen sind sehr wichtig. Ich glaube, wir haben das am Anfang ein bisschen weniger gut gemacht, aber zum Schluss immer besser. Basic-Sachen, die ich eigentlich auch jede Woche sage, die sehr wichtig sind. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder dasselbe. Kommunikation, viel, 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 viel mehr, vor allem von den Leuten, die hier hinten spielen. Götter zum Beispiel, viel mehr, viel mehr, viel mehr reden. Ja? Dankeschön. Und wir haben euch geklärt.